Hollywood zeichnet zweifelhafte Zivilverteidigung, die sogenannten Weißhelme, mit Oscar aus. Am 26. Februar 2017 zeichnete Hollywood den Dokumentarfilm The White Helmets mit einem Oscar aus. Dieser zeigt die angeblich neutrale Zivilverteidigung White Helmets, die den Opfern in Syrien hilft und stellt diese als Helden des Syrienkrieges dar. Diametral zu diesem Dokumentarfilm gibt es jedoch auch Fotos und Videos aus Syrien mit Mitgliedern der Weißhelme, die den Tod ziviler Regierungsangestellter feiern. Weißhelme, die einen Sieg der Al-Qaida bejubeln und die schwarze IS-Fahne schwingen. Außerdem berichteten Augenzeugen des Kriegsgeschehens in Syrien, dass einige Filmszenen und Bilder, in denen Männer mit weißen Helmen Zivilisten retteten, gestellt waren. Auch würden die Weißhelme nur helfen, solange die Kamera der Reporter läuft und danach gleich wieder verschwinden. Die Menschen in den Trümmern würden sie einfach dem Tod überlassen. Die britische Journalistin Vanessa Bailey meinte dazu, man sollte ihnen, und damit meinte sie die White Helmets, zu ihren schauspielerischen Fähigkeiten gratulieren und weniger der humanitären Taten wegen, die sie tun. Aus den genannten Gründen muss die Glaubwürdigkeit der Weißhelme zuerst einer genauen Überprüfung unterzogen werden, bevor man sie öffentlich ehrt und feiert. Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain sagte einmal, Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.